Gut gekickt für guten Zweck. Mit 4 zu 6 unterlagen die Allershausener Allstars dem Team von Sternstunden. Aber das Ergebnis war nebensächlich, denn ganz klar, die Erlöse gingen an Kinder in Not. Und das ist ja das Wichtigste. Aber auch in anderer Hinsicht war die Zahl der gefallenen Poren eher nebensächlich. Denn so überzeugend so manches Dribbling auch war und so wuchtig mancher Freistoß getreten wurde, die eigentlichen Unterhaltungswerte lagen abseits der reinen Ballkünste. Immerhin liefen auf beiden Seiten jede Menge Prominenz auf.